Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 15.03.2021 und damit den Beginn der Verfallswoche im März. So, und unser DAX hatte am Freitag hier Tea Time und wir sehen unseren DAX zumindest nicht mehr an der Feuerstelle sitzen. Kann heißen, er hat schon fertig getrunken und ist auf dem Weg nach oben oder sucht gerade noch ein paar Kräuter. Das wird man zum Montag aber relativ zügig wahrscheinlich schon sehen, da wird man nicht lange warten müssen. In der Regel entscheidet er sich schon rechtzeitig, so nach Xetra Open. Also wenn der Xetra-Handel eröffnet ist, findet unser DAX dann recht zügig meist schon seine Montagsrichtung und geht ja dann auch oft deutlich lange nach. Wir haben gestern, oder für den Freitag eher mehr, darüber gesprochen, wie was, wo, wie laufen könnte. Wir hatten darüber gesprochen, dass mit der roten Taggaskatze im Nacken der DAX natürlich die Chance hätte, mal unten ein bisschen rauszugehen. 4.45 hat man gesagt, bis vielleicht 3.85, äh doch, 14.3.85, ne 14.3.80, 14.3.75 sowas. Hatten aber auch gesagt, dass er das möglichst nicht früh gleich machen soll, weil er sonst eh wieder hinten raus nach oben kommt. Einfach so ein Kernproblem, was der DAX immer wieder hat, braucht halt ein gewisses Timing, damit bestimmte Sachen angehen. Das haben wir auch im Video, glaube ich, so um Minute neun etwas früher bestimmt besprochen vom Freitag und hatten auch dann im Premium-Dienst entsprechend diejenigen, die da von uns die Mails noch bekommen, dann auch früh gleich gesagt, naja, Vorsicht, das ist tiefer Start, vielleicht macht er danach seine 4.45, aber dann wird es bestimmt ein Tagesschluss auf Tageshoch und ja, das ist es dann auch geworden. Er hat sich dafür zwar recht viel Zeit gelassen, da hat wahrscheinlich der eine oder andere schon wieder die Lust dran verloren, aber er hat es zumindestens gemacht, damit den Kopf wieder hochgezogen und natürlich eine Wochenkerze reingestellt, die hier seinesgleichen sucht, also da braucht man gar nicht gucken, da braucht man auch nicht auf den Wochenschappen gucken, weil das sieht man hier schon alleine, dass das Ding brutal grün nach oben rausragt halt, ne. Das heißt, da sollte man natürlich auch jetzt entsprechend einplanen, dass da noch was kommen kann. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, es kommen viele zu mir, die so sagen, naja, Martin, glaubst du denn, dass der noch weit steigen kann, das sind doch so viele Longen und ich sehe halt einfach, dass mehr Leute Shorten auch drin sitzen, immer wieder, dass die Fantasie auch unten raus viel größer ist bei den Leuten. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, da muss sich was drehen. Der DAX ist auch bei 8.000 erst gestiegen, als die alle wollten, dass der auf 7.500 fällt oder nochmal auf 8.000 kommt, dann ist er plötzlich gestiegen und bis dahin ist er auch runtergefallen. Und auch, man hat immer wieder diese, 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 wie soll ich es nennen, das ist eine Art Regelmäßigkeit, das ist schon fast eine Art Naturgesetz halt, ne. Der Markt sich immer wieder ein bisschen an den Leuten orientiert halt, ne. Und momentan haben die Leute halt echt viel mehr Fantasie auf der Unterseite. Oben sind die stark begrenzt, alle, die ich so beobachte halt, ne. Also, da wird davon gesprochen, jetzt alle ETFs und Aktien zu verkaufen. Da wird davon gesprochen, ähm, wie man sich denn jetzt perfekt hier für die großen Rutsche absichert, der da kommt. Ähm, viele, die schon Short drinnen sitzen, die auch so sagen, sie lassen das einfach liegen. Der kommt eh wieder runter. Und oben, pfff, 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 kein einziger, der, der mir außer, außer wenn es oben vielleicht Mr. Bloss Position geht, auch mal Kurs O'Bei von 15.000 in den Mund nimmt halt, ne. Also, ähm, das ist nicht mehr viel, es ist jetzt noch knapp 400 Punkte. Ähm, die meisten, die haben so Fantasien auch besorgen, die 700, 14.700, 15.000, ist auch oft genannt, aber da drüber ist ganz schön leise so. Und es sind halt noch 400 Punkte nach oben. Wenn die Leute mir aber die ganze Zeit immer wieder sagen, na unten so 12.500, 13.000, 13.500, dann ist das von der Strecke, ist das natürlich viel, viel, viel mehr als oben. Und, also, das, weiß nicht. Also, für mich fühlt es sich ein bisschen an, wie als haben wir das Risiko immer noch oben. Ja, und, ähm, wir haben nach wie vor keine Aufwärtscaps in der Bewegung drin hier. Ähm, das ist eigentlich was, was in jeder Aufwärtsbewegung immer mit drin ist, dass einfach mal so ein Aufwärtscap einfach offen bleibt und der Markt dann rausläuft. Und ich kriege langsam immer mehr so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier, dass wir hier vielleicht sogar einen Verfall oberhalb der 15.000 sehen könnten halt, ne. Weil es die Leute fast noch am meisten überraschen würde, wenn der da drüber einfach nicht fällt halt. Wenn er einfach auch nicht bei 14.700 fällt. Das ist so eine Marke, die viele immer wieder in den Mund nehmen gerne. Ne, auch dieser Bereich da oben, so zwischen 14.700 und 15.000 da sind, das haben recht viele im Fokus halt und sind da recht sicher, dass der fällt. Und, ähm, tja, wie soll ich sagen? Also, zum einen ist es so, der Markt dreht immer wieder an markanten Bereichen. Aber meistens, wenn die Leute dann anders denken. Also, vielleicht muss er dann einen Doppeltop bauen, um die Leute seitwärts rauszudringen, um zu fallen oder wie auch immer. Aber es ist, für mich ist es nicht stimmig einfach. Das ist eigentlich, was ich, was ich euch sagen will. Und deswegen bereite ich mich mental auch davor, dass wir, dass wir halt vielleicht auch einfach hier durchsteigen, durch die nächsten Niveaus halt, ne. Und dass er sich in einen Bereich dann etabliert, seitwärts rein drängt, wo den Leuten die Fantasie einfach weggeht halt, ne. Wo sie sagen, na, pff, wo will er denn jetzt noch hin? 20.000 oder was? So, und das sind dann wieder so die Punkte, ähm, wo er dann halt auch gerne mal dreht, weil einfach die Kursfandasie weg ist. Und ich würde das nicht unterschätzen, das Risiko. Ich, ich persönlich unterschätze es auch nicht. Ich sage mir das auch ganz klar. Klickt mir das hier an meinen Zettel, auch für mich selber. Ähm, dass ich drauf achte, ähm, dass, wenn hier politische Signale da bleiben, dass man ihm auch weiter folgt. Weil das sind in der Regel nicht schwere Punkte zu holen dann. Es ist dann nicht schwer, dort zu handeln. Man muss sich einfach bloß im Kopf dazu kriegen, die Bewegung noch zu folgen. Auch wenn es schon weit hoch ist. Und auch wenn seit Ewigkeiten keine Rückläufe da waren. Aber das sind meist Positionen, die dann relativ einfach auch anlaufen. Weil sie gar nicht groß, sie, sie brauchen ewig, bis sie anlaufen. Aber sie laufen einem nicht groß in den Verlust rein. Na, so, und das klappt eben so lange dann noch ganz schön gut, bis die meisten dann halt einfach, ähm, sich, wenn sie das gefressen haben. Wenn plötzlich alle Leute sagen, na, ich glaube, der steigt noch weiter. Na, ich glaube, der Markt ist ganz stark hier. Und das dann, wenn er schon 2500 Punkte auf dem Buckel hat. So. Und wenn sowas kommt, dann ist immer so eher der Punkt, wo ich dann so sage, naja, Vorsicht, aufpassen. Ähm, jetzt kommt es bestimmt dicke wieder nach unten. Und momentan, das passt einfach noch nicht. Also, technisch haben wir schöne Niveaus. Aber man zieht vom DAX viel zu wenig nach unten. Und das ist, für mich ist das ein Zeichen, dass einfach noch viel zu viele Ford einfach auch drinnen sitzen halt, ne. Und, ne, hier entgegenstehen halt, ne. Gerade in der Bewegung. Das würde mich nicht wundern, wenn ich hier einfach mal von denen, die im Video zugucken, wenn ich mal so ein paar rauspicken würde und einfach sagen würde, du zeig mir mal dein Konto, du zeig mir mal dein Konto. Das würde mich nicht wundern, wenn mindestens die Hälfte hier drin irgendwie noch offene Shorts gesammelt hat. Die irgendwo, was weiß ich, mit Stop Loss, keine Ahnung, was nimmt man. 14.000, 15.000 vielleicht, 14.700 werden viele haben, ne. Also, das sind so, ich, 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 wie soll ich es euch sagen? Ich glaube, ihr wisst doch, was ich sagen will halt, ne. Das ist nur meine Meinung. Das ist auch, bitte versteht das auch nicht als Angriff. Oder versteht euch das, dass ich mich gegen euch stelle. Es ist vielmehr einfach, es ist ganz neutral gesprochen, das, was ich beobachte. Ja, und das ist letztendlich das, was ich seit je und je hier mache halt, ne. Und auch andere Leute zu beobachten, ist halt ein sehr wertvoller Indikator, den man im Trading nicht unterschätzen kann. Und wenn man das mit Shard-Analyse noch kombiniert hat, hat man eigentlich ein recht gutes Werkzeug an der Hand. Und deswegen gehe ich da auch immer mittendroff ein, bitte wertet das nicht als Modus zum, ich wette mit dir und dass das nicht so kommt und ich glaube, bla, bla, bla. Nein, es ist halt einfach eine neutrale Beobachtung von mir, in der ich einfach beschreibe, wie nehme ich das momentan wahr. Und ihr könnt das zum Vorteil für euch nutzen, halt, ne. Weil, ich meine, es gibt nicht so viele, die, die so viel Einblick auf so viele Leute haben, wie ich das habe halt, ne. Dadurch, dass wir auch den Premium-Dienst hinten dran haben, mit ganz vielen Leuten auch direkt schreiben, haben wir eine große Einflusssphäre halt auch, ne. Und kriegen auch ganz, ganz, ganz viel mit, wie Leute sich positionieren, wie die denken, wo die sich absichern und so weiter und so fort, weil sie es auch immer wieder schreiben und sagen und um Rat fragen und so weiter und so fort. Ja, gut, also, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ich persönlich würde das Risiko also zuerst noch auf der Oberseite sehen, auch wenn Aufwärtsgips kommen. Ähm, wir können aber jetzt auch zunehmend jetzt nach unten besser arbeiten halt, ne. Der Markt schafft jetzt wieder, ähm, Vorlagen, ähm, für, für auch Shorts. Das haben wir gestern schon gesagt, mit dem, oder für den Freitag, mit dem Unterbieten von der 5,15, dass er dann ein bisschen die 4,45 hier reinarbeitet. Das hat ja soweit erstmal geklappt, auch wenn es, wenn ein, zwei Punkte da gefehlt haben. Ähm, 3,75 ist es erstmal nicht geworden. Aber jetzt wäre dann halt auch ein weiteres Unterbieten von, ähm, 4,45. Dann tatsächlich auch ein Short-Signal und das dann bestimmt sogar schon ein bisschen weiter als 3,75. Das geht dann bestimmt schon Richtung 2,80. Weswegen wir hier jetzt auf jeden Fall zum, zum Montag mal einen Short-Trigger dran setzen könnten. Zeigt sich der Markt also schwach, drückt er sich wieder runter. Und ich glaube, wenn der 9,30, 9,30, 9 Uhr, naja, sag mal mal vielleicht nicht 9 Uhr, gibt ein bisschen mehr. 9,15, wenn, wenn der 9,15 unter 500 steht schon der DAX, dann wird das wahrscheinlich eher eine schwächlichere Ausgangslage. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also, ähm, weil, weil wenn er oben rauskommt, ihr kennt das von den ganzen letzten Tagen, haben wir ganz oft erzählt. Das funktioniert am besten, wenn er einen Impuls setzt. Wenn er ein schönes Aufwärtsgap setzt, wo die Leute sagen, boah, jetzt gehe ich aber auch nicht mehr lang, das ist mir jetzt zu viel. Und dann läuft er einfach durch halt. Dann läuft er und kleckert sich Punkt für Punkt weiter hoch, Zone für Zone, die halt keiner mehr für Augen hat, weil den Leuten, die da oben die Fantasie einfach dann fehlt, wo er hinläuft. Und dann läuft er einfach anders. Der läuft dann anders. Das ganz anderes Bewegungsverhalten, wie wenn wir in so einer Range hin- und herspringen, ähm, das ist viel ruhiger, ist viel träger, kommt kaum noch was zurück. Ähm, und an so ein Marktverhalten muss man sich einfach anpassen halt. Es nützt nichts, wenn man sich dann dagegen stellt, dann gewinnt man kaum Preise halt, ne? Also, das ist einfach so. So, okay, also ich würde hier den Short Trigger ransetzen. Das ist für mich auch tatsächlich einer, in dem Moment, wo die 4,45 unterrissen wird, glaube ich, kriegen wir Platz bis auf die 280 rein, hier, 300, 280 so ein bisschen. Und, ähm, das wäre dann so in erster Zone, aus der heraus ja eine gute, ähm, gute Stabilisierung schon wieder erfahren können. Und ansonsten, wenn er sich dort einfällt zum Montag, dann kriegt man auch zum Dienstag noch ein bisschen tiefer. Und dann wird's hier so ein bisschen, ähm, ja, müssen wir ein bisschen gucken dann, wie, wie, wie Tempo auch drauf hat. Weil ihr seht das, die, der Pullback auf die alte Channel-Kante, der rutscht immer weiter runter. Ist jetzt schon bei 14,40. Das wäre mir persönlich schon ein bisschen zu tief, aber das ist was, was der DAX ganz gerne dann macht halt, ne? Aber so der Bereich um 14,100 bleibt wichtig, 14,1,40. Und ich glaube, so in dem Bereich um 14,1,40 bis 14,40, wenn man den dort hinbekommt, bis Mittwoch, Donnerstag kann man bestimmt von dort auch einen guten Long probieren, dann hier raus. Ähm, weil auch Mitte März, da werden wieder viele anfangen und werden hier die großen, großen Geschütze rausholen, weil sie sich sagen, das wird ein ganz markanter Extrempunkt. Und viele verkennen dabei immer, dass es gar nicht der 15. März ist, der ganz markant raussteht, sondern dass es eher der Märzverfall ist, der raussteht. Ähm, weil es Einzelne gibt, die das halt so rausposaunen halt, ne? Dass es immer der 15. März ist und die anderen quasseln es nach. Letztendlich ist es gar nicht der 15. März, das brauchen wir uns nicht nur mal durchgucken, die ganzen Märztage. Und manchmal, das ist immer so zwischen März, äh, zwischen Februar und Märzverfall bildet der Markt sehr, sehr gerne markante Hochpunkte aus und Tiefpunkte. Aber es sind eher mehr die Verfallstermine, die da eben den Rhythmus vorgeben. Und der Verfall ist erst am Freitag und deswegen fände ich es interessant, wenn wir vielleicht Montag, Dienstag hier schon ein bisschen runterrutschen, dann fangen alle an mit ihrem A, 15.3. war jetzt genau das Hoch für die nächsten zwei Jahre. Und was sehen wir dann? Dann sehen wir, dass am Freitag vielleicht sogar höher steht. Das wäre halt Ultradachs, ne? Das wäre typischer als typisch. Und von daher wäre das ein schöner Wochenplan, äh, wenn er das spielt, aber ich glaube fast nicht, dass das so kommt, ne? Also, ähm, das wäre dann quasi, wenn er Montag jetzt die 14.45 unterbietet, glaube ich, können er sich hier durchaus Stück für Stück einfach ein bisschen vorarbeiten, ne, rein in die 300.2.80 wieder, ein bisschen stabilisieren und dann später nochmal auf 1.40, vielleicht so Dienstag, Mittwoch, um sich dann Donnerstag, Freitag hier einfach wieder das ganze Ding nach oben einmal aufzusaugen und wieder hochzukämpfen halt, ne? So, okay. Das soweit, ähm, die untere Seite. Ansonsten oben, Gap ab und durch halt, ne? Also, die 6.35 ist mir hier oben weiterhin wichtig. Das ist eine wichtige Zone. Ich glaube, die wird auch von, wenn er da drüber kommt, wird die von oben ganz gut gefüttert halt, ne? Also, ähm, da sollte man wirklich ein bisschen aufpassen. 6.35. Die könnten natürlich auch wieder einen Aufwärtsgap wegkontern, aber ich, wie oft will er das noch machen halt, ne? Seit hier jedes Aufwärtsgap weggekontert, ähm, also, das muss ja jemanden geben, der dann früh sagt, okay, Aufwärtsgap, jetzt knall ich weg. Der muss sich ja langsam auch ein bisschen dumm vorkommen, weil er weiß ja, ne? Wenn er einfach länger weiter warten wird, dann hätte er höhere Kosten zum Verkaufen, was ja für einen Verkauf attraktiver ist, ne? Also, weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass derjenige dann da ein bisschen Fahrt rausnimmt, vielleicht das Gap auch gar nicht mehr zukriegt. Vielleicht macht er an die 6.35 ran, arbeitet wieder nach unten und dreht sich dann aber so um 5.90, 5.80 wieder hoch, ohne das Gap zuzumachen. Also, dann hält der DAX mal wieder so einen Druckpunkt, wo er einfach Bewegung rausholen kann und die würde ich dann Richtung 750, Richtung 800 oben raus deuten und wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass der DAX einfach weiterläuft, dass er dort die Leute überrascht und, ähm, einfach durchsteigt. Das, das, das Risiko, das, das ist für mich ein Risiko, was ich, äh, ins Trading mit einbinden würde halt, ne? Was macht man, wenn der DAX da einfach oben durchsteigt? Weil, ähm, unabwegig ist das nicht. Der Trend ist aktiv, der Aufwärtstrend läuft. Ähm, wir haben jetzt hier einen ersten, einen ersten schönen Schub, dann eine kleine Korrektur, einen zweiten, jetzt eine noch kleinere Korrektur, selbst wenn er jetzt sich an der Aufwärtsbewegung orientiert. Gucken wir mal, wenn wir die jetzt hier ins Verhältnis setzen und sagen, okay, vielleicht macht er von hier jetzt nochmal eine nach oben, dann sind wir, dann sind wir fast über 15.3. Dann sind wir hier irgendwo um die 5.5 als Bewegungsziel für noch eine letzte, auch für diesen, für diesen Impulsstrang, ne? Wenn man sagt, wer mag doch uns jetzt vielleicht an dem jetzt hier nach oben. Ja, also, das ist meine Erwartung. Risiko für mich ist oben. Unten haben wir jetzt einen schönen Short-Trigger bekommen, mit dem kann man arbeiten. Ähm, macht es euch nicht zu kompliziert. Ne, nicht hier zu sagen, hoch, was soll ich denn jetzt dann zum Montag machen, jetzt weiß ich ja gar nicht, oben und unten kann was passieren. Macht es euch nicht zu kompliziert, ihr seht das. Ihr seht das 9.30 Uhr, ihr seht das 9.15 Uhr, ihr seht das 9 Uhr. Ihr seht das vielleicht noch nicht unbedingt 6.35 Uhr, wenn ihr aufsteht. Aber lasst uns ein bisschen reinkommen, lasst uns gucken und dann, dann, dann greift das auf, was wir hier verwendet haben. Ne, steht ja dann hier unter 500, ne? Dann kann ich mich mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass hier vielleicht dieser, dieser Short-Trigger umklappt. Ja, kann vielleicht auch vorher probieren, ob ich da schon eine Position reinkriege. Also, ich starte nämlich hier oben drin, ne, dann gucke ich mir die 6.35 Uhr an. Ne, gucke mir vielleicht auch einen Rücklauf auf die 5.80 Uhr an. Eben das, was wir gerade besprochen haben. Und schubtiwub habt ihr einen Vorteil, den ihr für euch ausspielen könnt. Ne, was passiert dann vor allen Dingen auch, wenn er dann wieder die 6.35 Uhr überwindet, nachdem er sich vielleicht einmal schon von abgestoßen hat. Das ist ein Kaufsignal. Ne, also da einfach ein bisschen einen Plan machen und nicht zu, nicht zu komplex auch denken. Nicht zu, zu viel reininterpretieren halt, ne. Ne, also, ähm, keep it simple, sag ich oft halt. Ne, also es ist, es hilft manchmal, wenn man einfach ein bisschen weniger heranzieht. So, und von daher, das sind so die Bereiche, mit denen ich mich am Montag beschäftige. Wie gesagt, so aus meiner neutralen Perspektive ist da auf jeden Fall ein gutes Stück gelaufen und er hat da auch einen Rücklauf verdient. Aber es passt momentan einfach nicht auf das, was ich bei den Leuten so an, an Verhalten sehe. Es passt, passt noch nicht so richtig. Also man kann natürlich sich am Montag ändern, das hat man ja auch oft. Man kommt Montag rein, die Leute drehen völlig durch, kaufen plötzlich alle All in Long, lösen alle Shorts auf, weil sie sich letzte Woche komplett ausgekotzt haben. Aber auch das sieht man, auch das kriegt ihr mit. Das ist, das ist nicht zu komplex wahrzunehmen. Man, das ist relativ einfach sogar. Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht sogar helfen, wenn er sich einfach selber beobachtet. Ne, vielleicht sagt er, ey, alles was du dir erzählst, das ist eigentlich das, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Vielleicht, vielleicht fange ich einfach mal an, das Gegenteil von dem zu machen, was ich immer denke. Dann wird es vielleicht besser funktionieren. Ne, das ist durchaus legitim. Also, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böser. Wie gesagt, mein neutraler Blick. Ich muss es ansprechen, wenn ich sowas sehe. Und von daher, ich denke persönlich, liegt das Risiko noch auf der Oberseite. Wir erreichen super interessante erste Bewegungsziele jetzt grundsätzlich seit Ausbruch. Ne, also von dem Ausbruch her sind wir auf attraktiven Niveaus, wo es auch auf Shortseite langsamer wieder attraktiver wird. Aber ich bin da momentan noch vorsichtig, weil das mir noch zu viele andere machen. Und dann lässt sich da in den meisten Fällen eigentlich noch kein Geld verdienen. Das richtige Geld kriegt man erst dann, wenn die Leute alle oben stehen und plötzlich erwarten, dass er noch viel, viel, viel weiter steigt. Und unten das Risiko aus den Augen verlieren. Gut, also ich würde es jetzt hier zumachen. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö.